Wo sind wir denn? F8, ja. Wir können hier noch einen meiner, meiner... Okay, ich hab leider keinen davon, aber das macht nichts. Ich kann auf jeden Fall noch jemanden herholen, der hier mithelfen könnte. So, der hier mithelfen könnte, Milizien auszubilden. Und... Ah, stimmt, das hätte ich noch was vergessen. Die noch weiter Milizen ausbilden. Ja, ist okay. Ah, verdammt. Bitte, 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 bitte! Nein! Ich halte es nicht aus. Ich halte es echt nicht aus. Was soll ich hier nur machen? Hm. Ja, weiter ausbilden. Muss ich da auch noch mal hin? Ah. Ah. Das ist ja hier eine Sisyphus-Arbeit. B-9 und M-14 dabei. Sonst war ich irgendwas? Munition? Immer noch gebrauchen. Und der Scheiß kann es noch nie genug haben in diesem Spiel. Ein paar Trainingsgranaten für den Granatwerfer. 80-Gerät. Nee. So, inzwischen sollte... ...was das angeht, die Komplettausstattung da sein. Schwupp. Okidoki. Wir sind dabei. So eine Scheiße! So eine Scheiße! So eine Scheiße! Mann! Meine Aufgabe ist fertig. Ja, hoffentlich sei der bald fertig. Noch nicht passiert hier nicht noch was, bevor ich da zurück bin. Was soll ich dann? Das ist nur Bobby Race-Liefung, die angekommen ist. Wenn das hier erledigt ist da, dann kann ich wieder zurückfliegen. Ah. Ja, jetzt rede mit ihm mal. Rede einfach mal. Das ist genau die Waffe, die ich gebrauchen kann jetzt. Ja, jetzt darf man noch ein bisschen was. Bis daher... Ja, da habe ich schon genug von. Halt, glaube ich... ...drei oder vier Stück von. Ja, da fährte ich mit Minutes ausbilden. Oh ja! Ja, halt die Fresse. Halt einfach nur deine beschissene Fresse. Ein Prozent loyal jetzt. Ah. Ah! Ach, scheiße. Jetzt kann ich sowieso nichts mitmachen. Oh, was passiert hier zur Hölle? Wieso passiert denn drastend nichts? Oh, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt für eine Scheiße? Dann würde ich sagen... Skyrack! Das ist ein großer... Geh' ich erst mal hier... Ja, ich muss mich einfach erst mal... Ich muss mich inzwischen, glaube ich, einfach erst mal sammeln. Und gucken, was ich... Was ich mache. Und ein kleines Ausrüstungssegment. Gibt es hier irgendwas, was ich einsammeln sollte oder so? Hier was? Gab es hier was, was ich einsammeln sollte? Ne. Hier wahrscheinlich jedenfalls nicht. Ah, die Schrecktabeste von vorhin. Die hätte ich natürlich mitnehmen sollen. Egal. Oh, wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Also das ist jetzt ja... Das ist jetzt das Beste, was hätte passieren können. Wirklich. Oh. Oh, ein FNF ist sehr schön. Ich glaube, die nehme ich noch mit. Die... Ah, genau. Das hier kann ich noch mitnehmen. Das ist Senfgas auf jeden Fall. Und hier nach oben... Ja, ich bin hier jetzt. Hier hat einer von den Jungs... ... bei einem Gefecht auch etwas Hübsches für mich liegen lassen. Ich sollte doch mal langsam meine... ... meine... ... meine Kache abholen oder so, die hier unten steht. Das kann ich doch gleich mal machen. Check. Check. Ich bin hier, Cap. Ähm, ja. Der sollte hier jetzt mitgehen. Wie einfach war das, ne? Ich bin hier, ich hab da. Skyrod. Das ist ein großartiges... Ich bin hier, Cap. Ähm, nicht Biff, sondern Larry. In den Helikopter. Skyrod. Das ist ein großartiges... So, dann müssen wir hier die ganzen Bobby-Race-Sachen abholen. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt auch scheißegal. Ich hol eben noch den Wagen ab und dann machen wir hier so ein Zeitraffer-Segment. Und, ähm, dann sehe ich euch, keine Ahnung, in Echtzeit, glaube ich, in einer halben Stunde oder sowas wieder, wenn ich mit der Kacke hier fertig bin. Und dann gucken wir mal weiter. Hier Leadership, ja, Leadership, ja, Leadership 63 inzwischen sogar schon. Camp 4. Ist ja gar nicht so scheiße. What's up? Brennan. Ja, ja, Wisdom 94, das heißt, er lernt doch relativ fix. Ah, und jetzt geht er. Ich habe gesehen, dass wir hier Kunden kamen oder sowas. Wo ist er hin? Oh, da. Ja, da. Alles klar, irgendwann. Ich denke, ob wir einen Fall mitnehmen, was hier steht. Was hier liegt. Kann ich sogar. Halla. Quadrat, Batterien, alles klar. Hammer. Uns gehört ein Hammer. Knaller. Ich muss mal hin gehen. Ah. Rückzug. Hauptsache, er steht erstmal da. Also ist egal, aber er ist, ähm... Er ist auf jeden Fall in unserem Besitz. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier müssen wir kurz hin, ähm... Wo sind sie denn jetzt? Achso, äh, ich sollte die natürlich zuerst in ein Team transferieren. Sonst hat er ja keinen Bock drauf. Und wo sind sie gelandet? Hier oben einer und einer. Oh, was ist das? Ich bin so schnell zu Fuß unterwegs. Das geht nicht ab. Hä? Das macht aber sonst nichts. Okay, irgendwas läuft hier komisch. Ja, ja. Du wieder? Egal. Ja, ich habe etwas. Wenn ich... Okay. Ist mir egal. Ich liebe mich. Dann gucken wir mal, was wir hier alles Hübsches mitnehmen können. Eine M14. Ein wenig Munition. Ähm. Tränengaskranaten. Ein bisschen TNT. Kann ich immer gebrauchen. Ähm. Sonnenbrillen. Ohne Ende. Boah, hab ich die nochmal gekauft. Egal. John Helm. Kamu Kitsch. Ähm. Boah, und das war es dann eigentlich auch schon. Das war es dann eigentlich auch schon. In den Helikopterraum. TNT hier. Was ist dein Problem? Das ist ein großer... Zurück zur Basis. Ja, gut. Egal. Ähm, das wäre jetzt erledigt. Dann, ähm, sehen wir uns gleich nach einem kleinen Ausrüst... ...einer kleinen Ausrüst-Orte wieder. Skyrider.